Wie gesagt, wieso glaubst du mach ich die Redstone-Fackeln? Ja, ich sag's dir auch noch. Ich sag's dir nur. Nicht, dass vielleicht verkisst und dann fahrt das ganze System runter. Und dann krieg ich einen Karten. Dann muss ich irgendwie... Das geht nicht, da verknüpfen sie sich. Dann geh ich noch eins höher. Mal erwischt. Ich kann's mal erlauben. Zack und zack. Und... Zack und zack. Uh, da kann ich's mir nicht erlauben. Wo ist jetzt der Eingang da oben, oder? Welcher Eingang von wo? Soll ich einen Weg darauf machen? Lass einmal, lass einmal, lass einmal. Du kannst mir aber Redstone-Repeater bringen. Hammer welche überhaupt? Du müsstest basteln. Wie macht man die noch einmal? Gute Frage. Nächste Frage. Ernsthaft jetzt? Komm schon, René. Jetzt dann zugehör. TNT haben wir. Shit. Repeater, Repeater, Repeater. Das heißt, ich muss wieder nachgoogeln. Ja, ich kann schwer nachgoogeln. Das wird auch nicht gehen. Das wird auch nicht gehen. Nur ich liebe dieses... Trickige Herumgetue hier mit dem Redstone. Da schneide ich das ab. Das heißt, ich müsste hier eines rauf. Nur so eine Frage. Wie viel brauchst du denn da? Äh... Machen wir mal vier. Mhm, mhm. Mhm. Nur Stone haben wir nicht. Nicht mehr. Schlecht. Ja, das dauert dann ein bissl. Weil dann hau ich jetzt schnell die 64er Stack rein. Mhm. Zack. Das dauert jetzt ein bissl. Aber da kann ich Hälfte, Hälfte machen. Dann geht's ein bisschen schneller. So. So. So, und ich muss dann quasi hier... ... ...hier rauf, okay. Das heißt, ich kann das hier auch noch wegbuddeln. Dann könnte ich eigentlich schon hier einmal rauf. Das könnte ich auch wegbuddeln. So. So. Dann könnte ich hier rauf... ... 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 Das heißt, ich muss hier, könnte ich hier einmal rauf, dann muss ich hier rauf. Ne, ich mach's anders, ich mach's anders, ich müsste eigentlich so rüber, zack, zack, und dann eigentlich, na, das geht wieder nicht in dem Schmoren hier, hm, wenn ich hier rauf gehe, wenn ich hier oben, okay, wieder ein bisschen tricky, tricky, zack. So, dann ist verbunden. Das will ich nicht. Ich habe allerdings hier einen Repeater rauf, setz. Und hier, na, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, dann setze ich hier, dat her. Kannst du da nochmal kommen, es wird nacht. Kommst du da durch, na? Oh, ich mach mal schon einen Weg. Feuch. Feuch. Da. Ne. Ich habe da sechs weggemacht. Feuch. Einfach schosslos. Creep-Alarm, Creep-Alarm. Ha, wollte es zünden, gell. Was drinne? Oh. Bin schon wieder am verhungern. Mir geht's nicht dran, das. Haben wir noch irgendwas? Ich nehme mal das sexy. Ich nehme mal das Hühnchen. Hoppla. Hm, danke. Geh, ne. Legen wir uns nieder. Der Apfel war jetzt ein Tropf auf dem heißen Stein. Kenne ich. Was raschelst denn du da schon wieder auf und ab? Ich habe mir noch gerade eine Zigarettenpackung aufgemacht. Scheißraucher. Genau, scheißraucher. Meine Lungen schreit auch schon noch. Das ist, äh, auf meiner Lungen, da kannst du schon zwei Kilometer Autobahn asphaltieren damit. So geteert ist sie. Teere und Federe. Ja. Na. Das darfst, das darfst du. Na. Das ist assi. Das ist wirklich assi. Na, komm. Das ist... Das ist fucking assi, Alter. Was beim Feld? Ja. Ja, ne, komm. Ich drehe mich um und der Creep ist da. Ich hole Erde. Ja, für das kann ich jetzt aber wirklich nix. Ich schaue mich noch rum. Ich schaue mich noch rum, ob ich kein Creeper da ist. Auf einmal hinter mir. Ich schaue mich noch rum. Hu, puh. Hast du Erde mitgenommen, oder? Ich habe eine eingesteckt noch. Hat er vom Sandstein was erwischt? Weiß ich grad nicht. Nee. Nee. Halleluja. Halleluja. Jetzt schlägt er schon wieder eine. Ich kümmer mich um an rechts. Und hier. Mit der Hanke. Und unten auch noch. Ob das Wasser fließt. So. Tricky, tricky. Da kann ich's noch nicht machen. Wenn ich hier den Redstone ansetze, werden wir ihn wieder verbinden. Wenn ich hier einen Verstärker reinhau. Wird aber nix nutzen. Tja. Gott sei Dank hat er nicht wirklich viel von der Erde erwischt. Hm. Aber ich kenn's. So. 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 Nee. Dann ist das wieder verbunden. Hm. Nee. 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 Ich müsste quasi so, der nächste wird dann quasi hier. Jetzt machen wir da mal Licht für meine Zuschauer. Was wir sehen hier, dann habe ich jetzt eine Problematik mit dem hier. Andererseits, wenn ich das hier dann so mache, geht auch nicht. Das Problem ist, ich habe keine Erde mehr. Ich habe noch 62. Ja, dann geben wir mal ein paar. Komme. Aber das Feld nimmt jetzt schon langsam die nicht mehr zu. Mhm. So, da hast du die 62, aber ich brauche sie nicht. Ich hätte sie nur zum Reparieren gebraucht. Okay, ich gehe jetzt nochmal schnell die Tiere füttern. So, so, so. Da habe ich jetzt jetzt aber da wieder. So, dann las ich das einmal aus. Dann kann man mich so rüber, so, 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 so und so. So, das muss ich, glaube ich, ja, das muss ich anders machen. Das muss ich dann so, 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 so und so machen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack.